Nun noch eine traurige Meldung. Franz Brandwein ist tot. Den wohl erfolglosesten Taumfütterer Venedigs eilte im Knochenpark Ottersleben der Schlag, weil er noch nie in Venedig war. Zeit seines Lebens versuchte Brandwein die Formel 1 auszurechnen, er kam aber zu keinem Ergebnis. Seine Parolen, heute ganz Deutschland, morgen ganz gebraten, sowie ein Volk, ein Reich, 1,80, konnten jedoch nur wenige Menschen folgen. Weil er die Buchstaben N und T verwechselte, organisierte er nur einen Punsch. Seit der letzten Lebensjahre verbrachte Brandwein im Altenheim, immer in der Hoffnung, mal ordentlich durchgepflegt zu werden. Leider wegen Personalmangels erfolglos. Franz Brandwein, den seine Freunde auch Goldkrone nennen durften, wird allen als Meckeroper des Kabaretts in Erinnerung bleiben. Sie merken schon, auch wir Journalisten haben uns mitreißen lassen von dem Spaß, den wir auf der Bühne des Kabaretts nach Hengstmanns im Rahmen der Vorpremiere von Kabarett am Abgrund erleben durften. Es war ein Gemeinschaftswerk unter der Leitung des Head-Autors Heiko Herford, der auch gemeinsam mit Franziska und Tobias Hengstmann auf der Bühne agierte. Herford verkörperte den Impressario eines kleinen Theaters, der eine große Revue plant, aber gleich zu Beginn des Stücks hagelt das Absagen von eingeladenen Stars, was die Premiere der Revue infrage stellt. Und da kann es ganz schnell passieren, dass die Sekretärin des Theaters zum neuen Stern am Kulturhimmel gemacht werden soll. Sagen Sie mal, können Sie eigentlich singen? Sagen Sie mal, können Sie eigentlich zuhören? Hä? Genau. Nein, ich meine, können Sie sich vorstellen... Nach Feierabend schon mal die nächsten Förderanträge für die nächste Saison zu schreiben oder Ihren Anzug aus der Reinigung zu holen? Mir aber die Stunden dafür bitte nicht aufschreiben. Uns geht's ja gerade nicht so gut. Danach reserviere ich dann noch einen Tisch im Bralo-Haus für Sie. Ja? Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich mache ja seit zehn Jahren nichts anderes. Ja, aber danach... Danach mache ich Feierabend. Einen Mann und Kinder habe ich ja schließlich auch noch, ja? Und da geht dann das Gequengel weiter. Ich bin müde, ich habe Hunger. Die Playstation geht schon wieder nicht. Der Berti ärgert mich. Ich will noch nicht ins Bett. Ja, und dann kommen noch die Kinder aus der Schule. Aber danach, da hätten Sie doch Zeit. Zeit. Wofür? Für mich. Bitte was? Der Premiere muss stattfinden. Und ich könnte mir Sie sehr gut vorstellen, hier auf der Bühne. Als was? Soll ich die Scheinwerfer halten? Mein Gott, ich pflege Sie an. Bitte. Ich brauche Sie. Verarschen kann ich mich alleine. Oh, was ist denn das? Was? Sehen Sie, Sie können sich nicht verarschen. Da muss ich schon helfen. Ja, und bei dieser Personalnot kann es dann auch vorkommen, dass dem Amazonboten so ein Angebot gemacht wird oder dem Rentner Brandwein, was im Theaterstück Raum schafft für sehr schöne Dialoge, gern auch mit dem lieben Gott, der sich übrigens ein weiteres Mal als Frau entpuppt. Aber auch, um aktuell politischen Themen einen Rahmen zu geben, wie der Pflegemisere oder der prekären Beschäftigung als Lohnsklave im Versandhaus. Tja, anders ist doch die Scheiße, wenn ich mal zu ertragen. Dann kündige doch. Kündigen? Ja, kündigen. Um mich dann von nächsten Idioten ausbeuten zu lassen, oder was? Nee, pass auf. Und dich ausbeuten? Nicht ausbeuten. Nee, ich will gar ausbeuten. Ausbeuten. Warte. Oh, hat geklopft. Warte, 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 warte. Die 90er Jahre stehen vor der Tür und wollen ihre Kapitalismuskritik zurück, hm? Ausbeuten lassen. Was sind denn das für Sprüche, du Kesse-Sumse? Warte, 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 die hat einen Gack mit der Tür gemacht. Gack? Na, pass mal auf. In Zeiten von Fachkräftemangel und Mindestlohn, da muss ich doch keinen Mensch mehr ausbeuten lassen. Nee. 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 Da muss ich keiner mehr ausbeuten. Da muss ich ja auch keiner mehr ausbeuten lassen, oder was? Da muss ich ja auch keiner mehr ausbeuten lassen. Deswegen arbeitest du hier auch für Graf Koks von der Gastanstalt. Oh, die Mutter. Ich bin Künstler. Hast du die Idee, wie die Dank, wo Lackiang ist? Das ist das Stockholm-Syndrom. Das Stockholm-Syndrom? Ich war noch nie in Dänemark. Das erklärt aber immer noch nicht, warum du immer noch bei Amazon arbeitest. Na, weil... Na, weil du deinen Arsch nicht hochkriegst, um dir einen vernünftigen Job zu suchen. Ja, aber ich sage mal, besser als in eine hohle Hand geschissen. Sie waren schon. Dabei ist es erstaunlich, mit welcher Werf viele neue und auch ein paar alte Witze präsentiert werden. Denn die Präsentation macht es möglich. Realisiert durch die Spielfreude der drei Protagonisten, wobei jeder mehrere Rollen geben muss. So wie Tobias Hengstmann als verlogener Speichellecker seines Chefs, als sein alter Ego-Matze und natürlich als Franz Brandwein, dem das Publikum an den Lippen hängt. Das mit der Rente, das war wohl ne Ente. Schluss ist mit all der Ente. Denn eins ist gewiss, so ganz ohne Gebiss, beißt man zahnlos in die Ente. Wie soll das denn auch flutschen? Kannst du an der Ente lutschen? Das hilft dir auch kein Putschen. Denn ohne Zahn im Maul, wirst du klapprig wie ein Gaul. Kannst nur noch in die Urne rutschen. Ja, was gäbe es noch zu sagen? Der Titel Kabarett am Abgrund führt bewusst in die Irre, denn dieses Stück verkörpert alles, was Kabarett ausmacht und vielleicht auch ein bisschen Kabarett. Was ursprünglich als Lückenfüller im Hengstmann-Spielplan gedacht war, könnte zu einem großen Erfolg werden, wenn Sie, liebe Zuschauer, sich eine Karte kaufen. Wenn man mit Kunst erfolgreich sein möchte, muss man sie kommerzialisieren. Wenn man Kunst aus Leidenschaft macht, dann viel Spaß in der Provinz. In der Comedy zum Beispiel werden Gags so lange auf Massentauglichkeit geschliffen, dass letztendlich nichts mehr lustig ist. Ja, kennst du, kennst du, kennst du?